Frau Präsidentin Karin Augustin und den Herren und starten nun mit dem Damen-Doppel in die nächste Spielrunde. Vorher gibt es noch schnell ein Foto. Liebe Tischtennisfreunde, sehen Sie uns das nach, wenn hier ein wenig technische Probleme auftreten. Aber ich hoffe, die Generalprobe, die hier und da etwas unterbrochen wurde, geht jetzt zügig weiter, so wie auch die gleich beginnenden Spiele. Und Ihnen wünsche ich viel Spaß und einen angenehmen Aufenthalt. Wir freuen uns auf Tischtennislein, hier in der Arena in Thiel. Ja, meine Damen und Herren, bevor wir den Starten noch ein Ausruf an die Referenten der Mitgliedsverbände des DGB-Präsidiums und der Delegationsleiter. Die treffen jetzt zusammen im Wippraum, hier in der Arena Thiel, zu einem Empfang des Vereinstandenen des Verbandes, nicht denn des Verband Rheinland. Und noch eine Prozedere, was sich ab sofort ändert, die Einspielhalle, gleich hier nebenan in der Nebenhalle der Arena. Für die Aktiven als Hinweis zum Einspiel bittet die Nebenhalle der Arena. Und für alle unsere Spielerinnen und Spieler gibt es Wasserflaschen gut gefüllt und diese kostenlos zu erhalten, hier vor dem Kopf von der Halle oder in der Halle. Und wir bitten da um entsprechende Rückgabe, das ist nicht auf das Richtung, wo in der Halle steht, versteht sich von alleine hinterher Verständnis. Ordnung muss nun mal sein. Ordnung ist.